Ladies and Gentlemen, we are live! Okay, also, das Spiel ist gerade eben abgestürzt, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Naja, was willst du machen? Nicht vergessen, liken, disliken, wie es euch gefällt. Und, ja, machen wir weiter. Verringert erlittenen Schaden, zum Glück hat es gespeichert. Sehr schön. Was ist das? Erhöht deine maximale Gesundheit. Oh, was gut, was Gutes, würde ich sagen. Oder dein Vater? Noch einmal das, erhöht die Chancen, mehr Beute zu bekommen. Ja, ja, das. Okay, und wir müssen immer von Anfang an. Ja, um Endspielbosse zu besiegen benötigst du Endspielvorzüge. Ich hab was vergessen. Nein! Oh mein Gott, es lädt und lädt. Oh, ich dachte jetzt, das Spiel stürzt gleich ab. Also, ich weiß nicht. Das Spiel muss gepatcht werden. Liebe Hersteller, wieso bringt ihr sowas raus? Ist das Early Access? Ich weiß nicht. Kann sein. Wenn ja, dann weiß ich auch nicht. Kann passieren. Ja. Naja, es dauert nicht so lange zum Glück. Ich bekomme gleich drei Tage bald. Aber nein, 30 Tage bald. 40. Wer keine graue Haare hat und das überlebt, der hat keine Haare mehr. Ach, Endspiel. Was ist das Fallout? Atom? Wenn man, wenn man ganz lange guckt, dann, dann bleibt es stehen, ne? Wenn ich wegschaue... Aha. Seht ihr? Es ist weg. Ja, nicht hinschauen. 94? 97? Und das Geile ist, ich müsste hochgehen eigentlich. Ein bisschen verarschen. Das überlebe ich nicht. Dass so viel geduht hat niemand. Scheiß drauf. Ja. Oh Gott, ich bin jetzt so oft gestorben, dass die ganze Welt anders aussieht. Oha. So. Oh Gott, oh Gott. Ein schönes Spiel mit viel... Ja, schon geht's an. Ich meine, Schweigen der Lämmer guckt ihr auch gerne an. Ist genau sowas. In diese Richtung. Wer's liebt... Wer die Rose liebt, muss die Stacheln auch lieben. Leider. Man bezahlt noch dafür. Okay. Da links, ne? Hä? Was meinst du? Aisho? Ja, ja. Ich glaube links. Sie hat keine Ahnung. Sie kann nicht reden. Kann sie reden? Ist sie ein Mensch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ein Mutant. Was ist das? Neue Gegner. Tschüss, was ist das jetzt gewesen? Tschüss. Ich habe erlittenen Schaden. Millionen gemacht. Guck mal. Gestorben. Gestorben bin ich. Millionen Schaden habe ich bekommen. Oh ja. Ey, störe dich auch nicht. Du weißt. 15 Minuten Ladezeit. Nur deswegen schon. Verboten. Oh mein Gott. Wie viel Schaden. Und jetzt? Elixier? Nur Elixier. Gratis. Oh. Und alle. Sauhinde. Stirrt mal. Junge, Junge. Ich mache echt wenig Schaden irgendwie. Der Leggy. Das Spiel müsste Leggy heißen. Leggy und die anderen. Oh Gott. Geduld. Gott. Gib mir Geduld. Nach Monaten mache ich ein Let's Play. Über ein Spiel mit... Ja. Mit... Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die wissen es bestimmt. Okay. Genug geweint. Oh, was ist das? Treppe. Aha. Was ist das? Heilung? Elixier? Gibt es keine. Pfff. Was mache ich da überhaupt? Ich wollte gucken, wie es aussieht. Von innen. Wisst ihr was? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber... Ich will einen Bosskampf. Ja. Lieber sterbe ich beim Boss, als bei den... Wurschen. Also Robocop zähle ich nicht. Das beleidigt mich. Man kann einmal heilen. Also ich weiß nicht. Ich habe jetzt... Ich habe den Charakter so viel verbessert. Ja. Und... Er bekommt mehr Schaden. Und er macht weniger Schaden. Irgendwie. Kann das sein? Ich schwöre ich... Ich habe das Gefühl. Wisst ihr was geil wäre, wenn man springen und ausweichen könnte? Wieso geht sowas nicht? Jetzt gibt es manche von euch, die sagen, das ist immer realistisch. Aha. Und das ist realistisch? Aber naja. Ich verstehe das schon. Ich meine, wer unseren Nachbar sieht. Ich meine... Ah. Oh. Was ist das? Oh. Schatz. Mein Schatz. Tötet sie! Tötet sie! Was? Ich fliege die Halbe. Berserker dann. Vorzug... Rang 1 Vorzug erhalten. Ich muss sterben. Nein, nein. Überlebe. Das rennt ja nicht weg. Natürlich nicht. Jetzt mache ich mehr Schaden. Ha, ich zeig's denen. Ich werd's euch zeigen. Geil, dass ich das gefunken hab. Es lohnt sich doch durchzuhalten, ne? Was ist da? Das Spiel sieht so frisch aus. Fritz, Fisch, Fische, Fische. Nein, Fritz, Frisch, Fisch, Frisch, 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 ja. Also, auf den ersten Blick sieht sie auch so aus, wie ein Fisch. Komm, 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 zeig's euch. Oh, stirbt alle, stirbt. Warte mal. 405. Gelogen, betrogen. Das Spiel hat so geile Lieder, aber wo sind sie? Ich bin nicht so weit. Die Depressionen, Depression, nicht Depression, Depression, ja? Solche Depressionen-Lieder, melancholisch. Boah, ich liebe es. Blumenkull, nein. Bitte nicht. Nein, leck mich nicht. Leck mich nicht, bitte. Oh, bitte. Leck mich nicht. Über den Wolken, komm. Ich könnte hier eine Stunde, oh mein Gott. Guck, ich hab, ich hab ein Exil bekommen, nach Jahren. Danke Gott. Ja, vielleicht wirst du's verlieren. Von was hab ich bekommen? Würde ich gerne wissen. Wirklich. Ich will seine Hand küssten. Also, ich glaube nicht, dass die Hände haben, aber... Fußballgleich. Gott, Gott, pass auf. Pass auf, pass auf. Polytheft danke für den Besuch. Danke schön, danke schön, willkommen, danke für euch. Sehr nett. Trampen oder Alpten, oh, was ist das denn? Wer hat das geschrieben? Aranea, okay, also, also, jetzt, bitte, bitte überlebe, Unheilung, das ist ein großer Wunsch, ne, ich geh mal, so, warte ich schon mal hier, oieieieie, das Spiel ist so mysteriös, Leute, wirklich, also, man weiß gar nicht, so viel Mysteriöses, gibt's gar nicht, oh, oh, scheiße, boah, geleckt hat er, also, ich bin wirklich infofreudig, ne, wenn etwas leckt, dann, dann teile ich das gerne mit, ich bin, ich will, dass ihr einen Teil habt, intensiv mit dabei seid, das ist sehr wichtig für mich, was ich, wenn ich leide, ich will, dass ihr auch leiden, nicht denken, dass ich ein Sadist bin, aber, ich find's besser, wenn die Zuschauer mit liken, oh, jetzt soll ich den, ah, ah, Elixier hab ich bekommen, oh, Gott, danke vielmal, danke vielmal, meine Gebete werden erhöht, oh, bist du schon wieder da, er ist immer hier, er wohnt hier, okay, ich komme wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ich glaube, nach tausendster Versuch werden wir irgendwie vorankommen, aber keine Sorgen, also, ich folter euch nicht, wenn ich merke, dass, dass nach zehn, keine Ahnung, zehn Videos immer noch A2, Forschungsgebiet, dann zeig ich, okay, weiß schon, du hast es nicht drauf, lass es sein, dann, was ich brauche, Elixier, also, noch eine, Zusatz, fünf, am besten, wisst ihr, was krass ist, ich als Pro-Gamer, äh, nein, ich hab Erfahrung gemacht damit, wenn man, also, bei solchen Spielen am Anfang hat man wirklich Probleme, guck mal, jetzt, jetzt hab ich gesundheits-Elixier, aha, danke, ja, bei solchen Spielen, man, man, man ist am Anfang ziemlich schwach, aber dann bist du ein Biest, ja, kommst du neu auf die Welt, weißt du, was ich meine? Das ist voll, oh, das ist gut, die sehen aus wie Hot Dogs, ne, jetzt ohne Scheiß, Hot Dogs in Schwarz, und ich hab gesagt, ich hab die ganze Zeit gedacht, Alter, ich kenne euch doch, von irgendwo, sowieso, oh, oh, scheiße, aber wisst ihr, was ich ein bisschen unbalanciert finde, mhm, mhm, kann ich so wenig sagen, ich will ja jetzt nicht meckern, aber ich finde, manche Gegner machen auf einmal megas und schaden, oder, hey, was ist los, oh, wie jetzt zum Beispiel, ich hab die zeit nicht vergessen ich könnte das die ganze zeit machen wirklich die ganze nacht ist das ist das befriedigend ich fühle mich wie neu geworden dr freud was zum scheiß ich komme ich auch dr freud hat ähnlichkeit die gleiche nase wir haben auch unter uns aliens ja viele ich brauche elixier bitte ich brauche blut ist das blut oder traubensaft ich glaube traubensaft nimmst du ihn hoch oder ich wollte nicht heilen so nach beim dritten part endlich musste ich fluchen spuken spuken spüken nicht anfassen oder wenn ich die töte bekomme ich vielleicht elixiert anfassen fass mich an fass mich an habe ich gesagt naja ich glaube es legt gar nicht ich glaube das spiel macht pause es legt gar nicht ich glaube nicht dass das kann ich das ist kein weg das ist haus das spiel pausiert versteht nicht genug energie ich habe genug für uns beide nicht genug energie wann hast du energie gehabt wann oh ist das blut wo westlicher kontrol drauf texas ich glaube wir sind in texas nein jamaika nein jamaika ist in süden wo ich weiß nicht wie weit gekommen in diesem spiel irgendwie habe ich so ich mache mir sorgen irgendwie ist ein schönes spiel mit einer sehr sehr dramatischen geschichte und aber irgendwie habe ich das gefühl wir kommen nicht weit warum warum habe ich das gefühl jetzt läuft sie noch selber es gibt sachen die würde ich gerne zeigen aber was nicht falsch versteht ich meine im spiel ja die würde ich gerne zeigen aber okay jetzt schon wieder robo cook ah oh ich habe was ist das elixier oh okay beruhigt euch beruhigt euch 19 minuten gut nein ich mache hier einen cut und im nächsten part leute falls es euch gefallen hat liked es teilt es missbraucht es wir sehen uns im nächsten part in dark souls 3 nein natürlich nicht sun sunny boy bis dann wo ist kamera bis dann 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 bis dann